Eine Pet Production Okay, damals in den 70ern wurde die Jeans als robuste Arbeitskleidung getragen. Im Laufe der Zeit fand sie auch bei der Breitenmasse Anklang und die Jeans hat man häufiger auf den Straßen gesehen. Leider Gottes hat mein Kollege Scooter Pet noch nicht seine passende Jeans gefunden, aber das werden wir jetzt ändern. Mein Name ist X-Pet und ich begrüße euch bei Pimp My Clothes. Yo, was geht? Mein Name ist Scooter Pet, ich bin 14 Jahre alt, liebe meinen Scooter über alles und das ist meine Levi's 501. Ich habe mir diese Jeans erst vor kurzem gekauft und leider Gottes werde ich mit ihr irgendwie nicht warm. Irgendetwas stört mich an ihr, immer wenn ich mit meinem Scooter unterwegs bin und diese Jeans trage. Leute, da fehlt irgendwie das gewisse etwas, dass die anderen Leute direkt auf mich und meinen Scooter blicken. Das ist mir hoch und heilig, dass ich einfach der King vom Fahrradweg bin. Ich meine, natürlich erfüllt sie ihren Zweck und sie fittet auch nice und mit ca. 80 bis 100 Euro ist sie auch gar nicht so teuer. Aber meine Freunde, ich bin doch kein Idiot, der sich z.B. irgendein T-Shirt kauft für ca. 400, 500, 600 Euro und dann in Kauf nimmt, dass man gar nicht sieht, von welcher Brand es ist. Leute, Branding ist das A und O. Jedes Piece in meinem Kleiderschrank ist eigentlich dafür da, damit ich rumflexen kann. Und bei dieser Jeans, Leute, man sieht einfach nicht den Namen, den Markennamen. Wo sind hier die Off-White-Streifen? Wo steht hier Balenciaga? Aus diesem Grund, bitte always vlogging. Pimp My Clothes. Also Freunde, nicht viele von uns haben das Glück, im Laufe des Lebens die perfekt sitzende Jeans zu finden. Ihr kennt selber den Struggle. Die einen sind zu weit, die anderen zu kurz und wiederum andere zwicken zwischen den Beinen wie sonst was. Die von Scooter Pad, die 501 hier, ist gar nicht mal schlecht, aber sie sieht halt 0815 aus. Sie braucht definitiv einen neuen Anstrich. Deswegen ist X-Pad hier und ich würde sagen, Pimp His Clothes. Genug gelabert, ich würde vorschlagen, als nächstes gucken wir, ob der Scooter Pad überhaupt zu Hause ist. Wer ist denn jetzt am Nerven? X-Pad, bist du's? Digga, zu krass, dass du hier bist. Scooter Pad, du weißt doch Bescheid, dafür sind wir letztendlich da. Aber du hast uns mit dieser Levi's 501 einen echten Härtefall mitgebracht. Ich hoffe, wir kriegen das überhaupt hin. Hoffentlich. Alright, Freunde, ich hab die Levi's Jeans vom Scooter im Gepäck. Wir fahren jetzt in unsere professionelle Werkstatt und schauen, ob wir dieses Gerät irgendwie aufbinden können, weil alles steht fest. Hiermit hat man noch keinen Drip. Irgendwas muss hier noch aufgemotzt werden, sodass man damit auch mit einem Scooter durch die Straßen fahren kann. Team, was geht? Der X-Pad hat euch mal wieder was Geiles heute mitgebracht, nämlich diese Levi's 501 vom Scooter Pad. Sie ist wirklich komplett neu, fast ungetragen, blue washed und ich hab dieses Mal, ja, weil es ein absoluter Härtefall ist. Keinen plastischen Schimmer, was wir da ansatzweise mitmachen können. Deswegen würde ich dich, Icy Eyes, einfach mal ja bitten, den einen oder anderen Vorschlag raushauen, wie wir das Ganze vielleicht etwas aufwerten können. Danke, X, dass ich hier mal wieder die unnötigen Aufgaben kriege, aber ich glaube, du hast Glück, weil ich habe etwas im Kopf, wie wir das Ganze versuchen können umzusetzen. Ich habe hier weiße und rote Textilfarbe. Ich weiß noch nicht, ob wir die rote verwenden werden, aber die weiße auf jeden Fall, denn ich hab hier auch nochmal ein paar Pinsel. Und mit diesem Pinsel werden wir dann versuchen, die Farbe, nicht die Farbe, sondern die Jeans etwas zu bemalen oder anzuspritzen. Und so, wie es zum Beispiel auch bei Helmut Lang oder Department Gallery momentan der Fall ist, etwas aufzuwerten. Mal schauen, ob das Ganze funktionieren wird und ob wir damit, ja, die Hose aufpimpen können. Icy Eyes, Bro, du rettest mir meinen Arsch. Hört sich absolut nice an. Ich würde vorschlagen, ich überreiche euch jetzt diese Jeans. Ich komme morgen zurück und schaue mir dann das Ergebnis an. Expert, die ersten Vorbereitungen sind getroffen. Wir haben jetzt hier in unserer Werkstatt einfach Mülltüten ausgelegt. Natürlich kann man das Ganze auch draußen irgendwie machen oder zu Hause. Aber ganz ehrlich, wir haben ja natürlich hier eine professionelle Werkstatt, deswegen nutzen wir einfach unseren Space. Wichtig ist natürlich, dass das einigermaßen abgedeckt ist, sodass der Boden nicht irgendwas an Farbe abbekommt. Dann nehmen wir einfach die Hose und legen die einmal hier auf die Mülltüten drauf. An der einen oder anderen Stelle vielleicht noch ein bisschen zupfen. Kann auch einfach ein bisschen drauf treten, gar kein Problem. Und dann kann es auch eigentlich direkt mit der Farbe losgehen. Wichtig ist, dass man hier wirklich Textilfarbe nimmt, sodass diese Farbklecksen während der Wäsche auch dranbleiben. Weil wir wollen natürlich nicht, dass andere Kleidungsstücke da irgendwas an Farbe abbekommen, sondern nur dieses, was wir jetzt hier am Bearbeiten sind. Wir fangen jetzt erstmal hier mit der weißen Farbe an und tunken unseren Pinsel in diese hinein. Wichtig dabei ist, dass man weiß, dass es zwei verschiedene Effekte gibt. Einmal den gespritzten Effekt, wo man quasi Farbe auf dem Pinsel trägt und dann mit einer ruckartigen Bewegung wandern lässt. Wichtig dabei ist, dass der Pinsel nicht die Hose berührt. Und dann gibt es natürlich noch den ganz normalen Pinselstrich, wo man dann tatsächlich mit dem Pinsel den Stoff berührt. Ich würde ganz klar sagen, bevor man so etwas nachmacht, dass man sich im Internet mal ein bisschen informiert, wie so welche Hosen, so welche fertigen Hosen aussehen und das so ein bisschen als Muster nimmt. Ich habe jetzt mal hier eins rausgesucht von einer Jeans, die mir wirklich sehr gut gefällt. Wir sehen halt hauptsächlich Farbkleckse auf den Oberschenkeln und eher weniger unten am Saugen. Deswegen fangen wir erstmal oben an und gehen dann Schritt für Schritt nach unten. Und dann können wir immer noch das Ganze abbrechen oder sagen, hey, das ist genug. Wir fangen an mit den sogenannten Spritzern. Einfach ein bisschen hier auf den Pinsel geben, ein bisschen Farbe natürlich. Und dann wie gesagt von der Ferne ruckartig nach unten fletschen sozusagen. Und wir wahrscheinlich, ja, man kann auch einfach so machen. Das klappt auch ganz nice. Wir müssen natürlich jetzt hier in unserer Werkstatt gucken, dass wir alles clean lassen. Oh, der war nice. Der war auch wild. Hier links noch auf jeden Fall ein bisschen mehr. Oh, damn, die wird nice. Und immer schauen, dass es einigermaßen gleichmäßig verteilt ist. Man kann das natürlich auch mit der Rückseite machen. Ich glaube allerdings, dann könnte das ein bisschen zu viel werden. Vielleicht machen wir noch ein paar seitliche. Also für das erste, zumindest von den Spritzern, reicht erstmal. Man kann im Nachhinein ja immer noch welche dran tun. Wir machen dann erstmal weiter mit den eigentlichen, ja, nicht Farbklecksen, sondern mit den Streifen, die man dann einfach dazu addieren kann. Je nachdem, wo man welche haben will, wo man ein bisschen Platz sieht vielleicht auch, tut man da den einen oder anderen Pinselstrich hin. Und auch hier würde ich eher vielleicht ein bisschen sparsamer mit sein, als direkt alles voll zu malen. Weil, wie gesagt, man kann im Nachhinein immer noch ein bisschen was dran machen, als direkt alles voll zu machen. Um dann im Anschluss zu bemerken, dass es einfach zu viel ist. Guck mal, hier haben wir jetzt einen ersten Entwurf, der schon gar nicht mal schlecht aussieht. Ich würde aber jetzt tatsächlich nochmal ein bisschen weiter nach unten gehen und am Saumen den einen oder anderen Spritzer hin tun. Weil ich glaube, das könnte nochmal ein nices Detail sein. Aber hier nutze ich tatsächlich nur diese Flätsche, weil alles andere wäre dann, glaube ich, wieder zu viel. Ja, 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 ja. Guck mal, guck mal, guck mal. Das sieht doch schon extrem wild aus. Frage ist jetzt natürlich noch, ob man mit einer weiteren Farbe das Ganze versucht zu ergänzen. Aber ich glaube, das braucht man gar nicht, ja. Weil es so wirklich schon extrem nice aussieht. Wir lassen das Ganze jetzt mal trocknen und schauen uns dann das Ergebnis an und vor allem auch, was X-Pad dazu sagt. X-Pad, ich bin mit meiner Arbeit fertig. Du kannst Scooter-Pad anrufen. Here we go, Freunde. Der X-Pad meldet sich zurück mit der fertigen Hose. Wir haben die Hose original zwei Stunden trocknen lassen und nochmal mit dem Föhn nachgeholfen. Und hier ist jetzt endlich das fertige Ergebnis. Wir haben uns mit dem Kreativ-Team aus meiner Werkstatt ein bisschen, ja, ausgetauscht und uns überlegt, dass wir komplett mit dem weißen Look bleiben. Also, dass die rote Farbe gar nicht zum Einsatz gebracht werden kann. Aber selbstverständlich, wenn der Scooter-Pad auch nochmal Bock hat, weitere Jeans aufzubereiten, kann man natürlich der Kreativität freien Lauf lassen. Egal, wie viel man da drauf tunkt oder drauf packt, sei da mal dahingestellt. Es muss einem letztendlich gefallen und ich bin mir absolut sicher, dass der Scooter-Pad diesbezüglich alle Links unten in der Beschreibung vorfinden wird. Aber wir schauen uns mal an, was unsere Werkstatt da so geleistet hat. Wir haben uns dafür entschieden, weiße Farbkleckse, wie gesagt, vorne auf den Oberschenkeln drauf zu machen. Hier unten die Wade ist auf jeden Fall komplett leer geblieben, nur unten am Saumen sind auch nochmal ein paar Details vorhanden. Spannend ist auf jeden Fall, dass wir teilweise zu viel Farbe genommen haben und dass dann hier wirklich so Huckel entstehen, was auch nochmal so einen dreidimensionalen Look erzeugt, was auch sehr wild ist. Hinten komplett clean gelassen, außer auch wieder am Saumen. Da geht es quasi einmal 360 Grad rum herum, aber ansonsten hinten komplett clean. Nur vorne, wie gesagt, ja, wildes Durcheinander. Ich fühle das Ganze auf jeden Fall. So kann man die ein oder andere wilde Jeans aufpolieren. Und ich bin jetzt mal gespannt, was der Scooter-Pad dazu sagt, weil seine neue Jeans on fire. Bist du bereit, Scooter-Pad? Ja. Hier ist deine neue Levi's 501. Digger, wow, genau so habe ich es mir vorgestellt. mit Always Vlogging und X-Pad, ihr seid einfach die Besten. Diese Farbkleckse seht ultra nice aus mit diesem 3D-Effekt. Wow, man kann wirklich die Qualität auch in den Händen spüren. Wahnsinn. Ich habe endlich meine Traumhose gefunden, die ich mir auch direkt angezogen habe. Dazu gab es auch nochmal einen richtig nicen Sweater von Always Vlogging, X-Pad und sein gesamtes Team. Weiß Sneaker dazu. Es ist einfach super. Gefällt mir unnormal gut. Würde ich jede Zeit wieder machen. Dankeschön. Seitdem Always Vlogging, X-Pad und sein ganzes Team meine Hose aufgepimpt hat, kann ich endlich wieder vernünftig mit meinem E-Scooter durch die Straßen fahren. Ich habe endlich wieder den absoluten Drip. Dazu dann noch dieses Off-White-T-Shirt kombiniert. Mega nice. Deswegen Always Vlogging. Dankeschön for pimping my clothes. On the next Pim-By Ride, X meets a girl with a bruising personality. Oh, sorry. Oh, sorry. Oh, sorry. Oh, sorry.